die gern abspielen ich stehe gleich mal kurz abkommt, ich hab vielleicht irgendwas selbst mir gehalten zieh dir immer ein paar Drogen rein ey ich stamme hier ich stamme hier schön in unserem Flugzeug ich stamme hier für E-Shisha hat jemand zu rechnen E-Shisha? warum brauch ich E-Shisha? weil, ja, ist geil, schmeckt gut was ist das an der normalen Autoschrift? benutzt fleischige Körper als ein Shisha, das ist geil ich kann Kasia überall mitnehmen, ne normale kannst du nicht draußen so hier ja, ne Mensch kann es auch hier mitnehmen das ist aber ganz schön lang drei Leute, wow drei Leute, wow, wo bleibt denn alle? Pink, ich nehm dich heute mal mit wird die Wahl ja groß sein ja, mein Freundchen, ne, versuch's dann wisst du doch, bist du jetzt Matze oder Monkey? nein, vier Leute äh, Matze ah ok, gut oh, da hat einer noch was reingeschaut weißt du noch, warte mal, weißt du noch, du wolltest mir eine Küche zeigen und dann hab ich dich ja abgestochen, ne ach ja stimmt, der Spacken oh mein Gott ist das so laut nicht, bitte Trait hat gerade irgendwas geöffnet ach, laut ey, was war das denn? ich hab's gesehen und das war ich im Fahrstuhl, der den Fahrstuhl benutzt hat, der hat keinen Trait erwacht geöffnet ne, ich hab gesehen du hast gesehen, dass ich der Waffe rausgeholt habe genau, richtig ja, ich bin noch nicht dumm wie du bist dumm alles klar, Sound passt boah so, was ging jetzt grad ab, jetzt war ich hier mit Beef ich hab nix weißt du, die knallt mich einfach weg, ohne dass ich irgendwas gemacht habe nö, gar nicht wahr weißt du, ich hab nur ne Waffe rausgeholt, mehr nicht ja, und Ping sagt mir äh, der Trait hat grad irgendwas geöffnet und dann dachte ich so, okay, wenn Ping ist da ja, ich bin oben dann kannst du sein wenn ich oben, wenn wie soll ich unten was öffnen ja, ich nehme du einfach auf die Knopf drückst die sind drei Millionen, äh, Dings dann immer zu sehen du warst oben, ich war auch oben ich war im Spawn hab nix, Sounder geschehen die hab ich einfach weg oh so, das ist noch etwas zu leise Mimis hat Mimis hat geschossen Mimis hat geschossen Mimis hat auf mich geschossen ja, macht euch mal gegenseitig weg ja, macht mal bitte es gibt zwei Traitor, ne es gibt zwei Traitor, ne es ist so was was warum ihr das gesehen habt, Monix warum los, meine Sklaven tötet Sören, wenn er kommt ja warte, Yata, wo bist du? hier hinten, hallo ja, nö da war die Rakete aufm Weg da, hier sind alle Blockers ja ja, nö Alter, verpisst euch alles rot nein kommt's nicht vorbei ping guck mal her ne guck mal her ne ne, ne was ist denn Alter, was du bleib mal hin? ja ja wo bin ich? wo bin ich? da ja ja was, was passiert hier? oh Gott, ich werde schreit oh mein Gott was soll das denn da wo ist jetzt bitte zu viel los? ich gehe jetzt mal in die äh Präsidenten-Suite wieder Präsidenten-Suite Präsidenten-Suite ja Präsidenten-Meet 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 Mief 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 äh, Sören, was ist los? hä, was hast du denn jetzt? äh, du wolltest wieder oben rechts bei mir angezeigt ja, dann ja wie oben rechts? der neue Trader-Checker wer ist da? ping, ping, ping hallo hallo sie geht in meiner Präsidenten-Suite Sarek ist es, er ist unten, der kommt die Treppen wieder hoch da ist jemand gemessert worden er ist immer noch unten irgendjemand ist gemessert worden der geht jetzt in den Raum rein unter der Treppe kommt noch jemand dort wer denn? keine Ahnung ja, wo denn? weiß ich nicht ich bin im Fahrstuhl gewesen du nützt uns ein Stück was machst du im Fahrstuhl? fahr ach man du bist nicht in meinem Fahrstuhl, richtig? hoffe ich mal hallo? noch nix? oh scheiß wie die letzte nein ich muss raus oh 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 don't you dare hallo? will noch mehr mit mir reden? hallo? 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 ja ne ich geh noch nicht, ich muss mich jetzt töten nja hallo? komm her ja ich das war so klar ach mann bin ich in der Aschluft? ja das war so klar das war so klar was war so klar hallo? hallo? was warst du? hallo? hallo? nein ich stehe noch hallo? 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 ja ich stehe noch ich hab mich jetzt einfach noch mal selbst so gut gemacht alter ich hab keinen bekommen wegen euch hallo 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 ich bin tot aber gar nicht mehr ich komm zu mir oh nein, ja egal alter ich hoffe ich habe die Piskos ist das scheiss auf Peter ich bin tot es war mir so klar, dass du das aber warum kriege ich damage? es war mir so klar, dass du das also jetzt steht die da schon so, ne? ok, i got a problem das wäre? hier sind keine Schlufe hinten mehr oh, das ist extrem he ich hab ein P gefunden Was? Telefon? Er hat hier geflasst. Er hat hier geflasst. Er ist keine Schrot! Ohhhh. Dann hast du Pech gehabt. Nein, da kommt wer! Geh weg, Krübel! Rechte von mir, Satan! Er ist schon nicht leicht. Confirm. Hallo, schönen guten Tag. Krübel hat auch keine Schrot, also. Geh weg von mir! Wer ist hier unten? Wer, was denn? Wo ist unten? Ich glaube ich habe mich eingesperrt. Du Idiot! Ich erschrecke mich voll! Ich gehe voll durch drauf und dann ist so ein Poster da! Ohoho! Ich schreckte sie vor ein Poster. Bop, bop, bop! Bop, bop! Mimiii! Ja, wo bist du mein Engel? Unten! Mein Lingel. Oh ne, ich glaube ich kann hier hoch auf den Lautsprecher. Hier, 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 da, ja, 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 ja. Oh! He he, du Scheiße! Was? Was ist das? Matze, kommst du nicht rein? Nein, nein. Was ist denn da? Oh ne, das sind bestimmt... Matze, geh weg! Ach, da hat jemand was aktiviert. Kann das ja keine Echte sein, also. Matze, geh weg! Hä? Seid ihr weg? Warum? Dann mach ich den Digga wieder aus. Mach mal auf Tourne. Machst du bitte aus? Ja, ne, ja ok, die sind aus. Ok. Zumindest der auf der rechten Seite. Was willst du denn, hä? Hallo? Ne, tschüss. Ah, schieß mein Turret! Du kommst nicht rein. Ich sollte hoffen zu schießen, ich hab keine Mutti mehr. Das wär gut. Hey, yeah. Ja, Dome, der kleine Traitor! Kleidock, wir verstehen uns, ne? Äh, Dome, sorry, Matze mein ich. Nicht mich töten! Ich hab nicht immer einen friedlichen Co-Existenz. Okay. Ja, was willst du von mir, alter? Da kann ich gut mit leben. Ja, Matze ist klein Traitor, Leute, Achtung! Safe? Nein! Safe, er hat nen Raum nach unten geöffnet. Weißt du, wo der ist? Ich hab doch erstmal was geöffnet! Oh, ich versteh nicht, die alle sind so laut grad. Ja. Was? Ich hab noch was geöffnet. Hab ich nicht. Du hast was geöffnet, genau da wo du warst. Hä? Nein! Doch hast du, Lüg nicht. Kannst ja genauso gewesen sein. Nein! Nein! Ich will hier die ganze Zeit Türen öffnen, aber ich seh nicht. Nein! Ich hab den Täter, den Täter Söre, ne! Söre ist da unten. Hä? Wer denn jetzt ist Söre? Ist Matze jetzt safe ja oder nein? Matze ist es safe locker! Nein! So was von der Typ hatte Luke geöffnet. Wie viel Leben hatte der überhaupt? War er vor live? Nein, war er nicht. Er ist Traitor gewesen. Also, alles easy, ich bin proven. Das hat gar nichts damit zu tun, dass du proven bist. Du verrätst auch deine Traitor-Kollegen also. Schreit. Schreit. Schreit alle zusammen, bitte. Was denn? Jata verrät auch seine Traitor-Kollegen also, das ist ja für mich nicht proven. Söre? Ja gut, das macht er. Warte mal, das macht er eigentlich. Ich weiß nicht, Jata. Wo bist du denn? Ich bin über Söre. Irgendeiner ballert? Ich bin über Söre. Ja. Woher willst du eigentlich wissen, dass ich da unten bin? Weil ich den Kopf durch die Luke sehe. Da steht mir drauf, dann kann ich deine Füße sehen. Nee, dann muss ich ja. Oh meh. Was kämpft du da da in die ganze Zeit an die Sartic? Ja, ich dachte ich wäre safe, ich hab Matze getanzt. nur ein Traitor kann die Luke öffnen ja aber Dings dann schleppt dir mal ne Leiche umher entweder ne Leiche umher schleppen oder das muss Mazdas Leiche sein guck mal bitte da oben ob die Leiche noch da oben ist also ob da irgendwie ja wo du ihn getötet hast dummies warte warte ich versuch dir mal die Leiche abzunehmen dummies ist der Watt mich glaub ich grad zwillern ne du warst neben hier unten Domi ich hab dich ja genau gesehen ne du warst neben hier unten Domi ich hab dich ja genau gesehen ja du warst neben bei Static unten ich war oben nein warst du nicht du warst neben nochmal unten doch Alter was macht denn mit dem Mario der hängt zu heftig hier drin oh look it ey das ist die Glow-Ess warum macht denn da mit Matze abzune lass dich doch mal in Ruhe ey Söhren guck da nochmal hier durch oh aus dem wunderballen alle Feinde um ich bin der Shooter king der kommt am Shooter king ich bin der Er kommt zu dir, Sören, Achtung! Sören, er kommt zu dir! Die ist grad jemand verreckt. Ja, das war ich Miri! Sie hat's schon noch er... Bitte überlebt, Sören! Jawohl! Burme, ey. Ich hab's doch gesagt! Ey, Pingu Popp, ich hab noch nicht... Pingu Popp, ich hab noch nicht mal was gemacht. Eine Minute! Was dafür hab ich dich gerettet? Pingu Pingu Spahn! Hey, ich hab noch nicht mal was gemacht, weil... Na? Jetzt bin ich gestorben wegen dir. Ja, du hast ne Luke geöffnet! Nein, ich hab nicht geöffnet! Ja, aber da war's irgendwie anders auf jeden Fall, was die scheiße positioniert. Alter, ich hab Matos gleich einfach mal runtergeklaut. Du klauer, du! Wo folgen wir es denn so dazwischen hängen? Weißt du, die Hälfte oben, die Hälfte unten! Ja, Alter! Nein, nein! Moni! Geh weg! Was? Schön, dass ich dich nicht killen konnte, weil ich hab einen Bumerang auf dich geworfen, aber hast du Glück nicht mitbekommen. Tja, macht ja nix. Du hast ja auch nicht getroffen. Sarnin! Äh, was ist das hier eigentlich für ein Teil? Was ist das immer? Was ist das immer? Was ist das? Keine Ahnung. Pssst! Sei still! Oh, wer ist da doch! Nie! Ah! Syrin, aber wie schon Syrin! Dome! Syrin, Dome! Schon wieder. Dome. Und Syrin, was dachte ich? Okay. Ja, da frisst einer. Irgendwo unten wahrscheinlich. Ja, unten. Was macht der hier? Riech, Rückentdeckung? Ja, okay. Da ist einer hinter der Tür? Ja. Wow. Äh? Wiss! Oh, hier ist gerade jemand. Oh, hier ist gerade jemand. Got a shot. Morgen. Krümel. Krümel? Ach ne, sind alle beide tot. Kur'joba. Krümel. Ja. Hallo! Ja. Seit wann noch nicht so eine Reichweite? Ja, sie ist reingetreten. Ja, sie ist reingetreten. Ja. 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 Es. What? Leg. Adi auch. Adi. 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 Nimm mich. Adi. Kann ich scrollen? Ja, aber das geht nicht, weil hier unten und oben und da unten ist Nee, ich kann nicht unten einfach nur nicht wifeln, weil du an der Decke bist, also das kannst du halt nicht spawnen 5 cm Äh, ne, auch gleichzeitig kann mein Leichen auch confirm, als Geist Ja, ich denke mal wegen dem Gitter konnte ich dich halt nicht wetzen Ich steh mal ja drauf, dass mein Körper nicht da eigentlich mehr sein sollte Tipp ich mal drauf Weil ich ja auch noch gleichzeitig gesprungen bin, wenn das nicht weggelaufen bin Herr Pistol, ich will nicht schrot! Ja, ich hab nicht schrot! Haha, raus hier, schnell! Ja, ich hab nicht schrot! Nein! Nein! Jeder stellt sich auf die Schrot mit Deine Grün-Evifeln Dann räumt sich nur zwei Schrot Alles Ich hab einfach deine Pistole gesehen, hab ne, wir sind da in Langquote Scheiße, ey, und ich habe das so, ich wollte eigentlich Stube erschrecken Und da du, ja, hallo, ja, da, okay Jawoll, später! Oha, ich wollte... Hahaha Wer ist tot? Hier ist echt jemand weggemacht Wer, wie hat... Und zwar mit ner Schrot, das hab ich gehört, den Schuss Das war ne Schrot, das war ich, das ist auf jeden Fall richtig Das kann ja nicht sein, dass ich keine Schrot hab, ich hab ne M16 Urste, ich hab ne Schrot Hä? Ich stieß auf jeden, der ne Schrot hat jetzt Syrin, was machst du da unten? Ich hab Domin nicht gesehen, wo ist er? Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht nach hier unten, ich saß die ganze Zeit hier Ich bin hier ein Arzt Na, am Kaufen, Krümmel? Krümmel, der ist das? Ey, Syrin, siehst du mich? Hahaha Tschüss Nein, Syri, bleib bei mir Du zweist immer stärker Ja Syrin Don't leave me alone Ich kenn den zweit weg So geht das nicht, Syrin Kannst mich nicht einfach verlassen? Wir sind doch ein Paar Der ist der King of Rap SSIO Guck nur bei Sex, relax Aha, aber was war das? Kostnicken kostet Geld SSIO Matze Ja? Ich hebe ab Wir sehen uns später Ok Also Syrin und Syrin Nein, ich Und Krümmel Alright Ich hebe ab Weißt du Mimmi macht gar nichts Ne Ich muss mich einfach von hinten Dann wäre mir nicht schief Ja, du darfst keine Sekunde vertrauen Nicht eine Sekunde Ich wollte eigentlich, weil vorbegeht schon Du warst mir zu schnell weg Wir haben mich nie mehr keine Muss ich mich mehr warten Muss ich mich wieder mehr warten Muss ich mich wieder mehr warten Muss ich mich wieder mehr warten River Cliff, weiß ich gar nicht was das ist Jetzt kaufe ich mir doch so einen schönen Dringer an, ne? Und dann Magma. Ich bin so Magma. Jetzt machen wir ja in der Lava oder was? Ja.